Was? Abend? Ich gehe. Warte noch. Now it's a little bit lower. Ja, so kann ich... Man kann sogar noch ein Stückchen... Wo ist denn der...? Da ist so ein Hebel. Das ist schon ein bisschen besser, weil dann kann ich mit einem Puff zumindest probieren. Nico, es sieht auf jeden Fall so aus, als wüsstest du was du tust. Das ist was du. So, Hanna, du jetzt auch mich hören. Ich hab's noch gar nicht drin. Schatze, nein. Du mich nicht hören? Nein, warte. Jetzt? Ah, jetzt. Ich hör dich. Du scheiße, ja. Du, ich bin hier. Ja, mit ein bisschen Zeit. Okay. Bob? Perhaps, let's just... Would you just go in the other room? I just wanna actually set the... Oh, yeah, yeah, perfect. Sure, sure, sure. Yeah, yeah. I'm just setting my check. Okay. Hey, Neff, I've never seen one who needs like 20 minutes for a chair, but... it's fine. I mean, that's kind of a... No, this is too uncomfortable. But I mean... It's like... I need to... Oh, no. But it's... In the end, it's like... The right thing is that you don't touch the floor. I feel like the right image is that you don't touch the floor. Thank you. Oh, no. I know, it's like... Oh, yeah! Yeah, just singing it. Es ist ein sehr, 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 sehr. Es ist ein sehr, 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 sehr. Es ist all I can give to. Love is more than just a game or two. Love can make it take my heart and please don't break my mind. It was making me alone. I can't do it. We can do it. We can do it. Okay. Oder? We can do it. We can do it. Dann mach ich die Stimme noch ein bisschen leiser. Ah, ja. Ich muss aber mal ganz kurz raus, weil ich muss es noch mal. Wollen wir, können wir Easy to Love? Ja. Ja. So, ich hab den, ich konnte echt, ich hab's nicht geschafft, den ausländisch zu lernen, den doofen Verse. Das macht's. Ja, das macht schon ein bisschen was, weil wir mal ein bisschen gucken. Ich kann nur rausfallen. Ja, nee, nee, daran sollst du nicht scheitern. Also es geht hier so, man kann's irgendwie so hinstellen, aber das wird nachher nicht gehen, weil das halt total klappert. Ja. Das sind alles auf dem Mikro drauf und das geht nicht. Das geht wahrscheinlich selbst für jetzt nicht, ne? Wobei jetzt hört's ja auch keiner, ne? Wir finden eine Möglichkeit. Zwischen 0 und 20. Genau. Also nicht jetzt die ganze Diffosaune machen. Ja. Wenn ich rede? Ja. Ah. Das ist schon schwer. So ungefähr? Cool. Aber Anna fällt da auch nicht raus. Ach so. Okay. Multitasking. 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 Also zwei Mikros sind ja, das ist ja der pure Luxus. Ne, drei. Unten. Also ich... Überall. Also Mikros. Als wenn man im Studio wäre. Ne? Ja. 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 So easy to love. Geil, Alter. Endlich mal wieder mich selbst sehen. Geil, Alter.